Es ist mir schön mit Steinen auf dem Nischel. Schade, ich dachte, es gibt alle drei. Es ist mir schön. jeder hat es bei der jahre jetzt kommt so ja ich bin schon im arsch jetzt auch der produktion ich bin schwierig prins kann das ist normal glaube ich ja in der mitte gewesen und das irgendwas schade du musst halt auch mal ziehen und retten lassen bei den kackeinheiten lieber nachgeschickt man das sind musels alter das sind selbstmord attentäter mann ja das ist im moment noch ein wenig schwierig in dem zeitalter kann auch mal wenn wir sein furz drinnen halten vielleicht zerreißen oder dann gibt es in so eine fackel und ein paar bohnen mit auf dem Weg Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar meine ich glaube nicht in astrologie ich glaube nicht in astrologie auch dank scheisse noch eine runde hotz jetzt hier ich 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 Es ist nicht so, dass Leben sicher ist. Noch mal mehr Forschung. Auch Gebäude bauen. Du musst immer gucken, was an der Umgebung sind. Wenn du zum Beispiel viele Kühe und sowas in der Nähe, dann kannst du viel zu viel erforschen. Wie kann der denn sterben, Mann? Das ist egal. 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 Und egal. Das ist 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 egal. ich hoffe dass ihr den hund nicht schlagt es wird vergessen wie in jeder anderen zivilisierten gesellschaft auch sonst so wie kann ich denn jetzt regen weiter kreuzzen was hast du mit deinen bildern ja boingster verarbeitung habe ich schon ja schrift und 25 Wissenschaffter so brauche ich den brauche ich Wehrkämpfer brauche ich Geländefeld kaufen und Boah ich auch Hab ich hier gedacht ich hab ein Schiff gebaut und es kommt nicht aus der Stadt raus weil es keine Haufen hat Du musst Schaven bauen Oh die sind ja nicht richtig zu weit Oh die sind ja nicht richtig zu weit Schiff Musch geht Fuck that Alles andere macht mir Sinn Die Uhrzeit Erstmal schön Bagdad röntgen Erstmal schön Bagdad röntgen Ob es so ne Unlust hat mit dem Rendern Ob es so ne Unlust hat mit dem Rendern Dasein Dasein Wird Wird Und Was Wird Vielen Dank.